Generalisierte Angststörung. Betroffene beschreiben es oft so. Manchmal habe ich das Gefühl, einem ständigen Angstnebel zu leben. Ständig ist da diese Nervosität in mir, ein Gefühl, als müsste ich auf etwas Schlimmes gefasst sein. Das ist anstrengend. Lange wusste ich nicht, dass das nicht so sein muss. Ich dachte, jeder hat diese Art von Stress, diese innere Unruhe, etwas, das einfach nicht weggeht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal richtig entspannt war. Auch Schlaf ist keine Erholung mehr. Eher ein paar Stunden unruhige Pause. Und morgens wache ich auf, als wäre ich im Schlaf einen Marathon gelaufen. Das alles verberge ich von den anderen. Ich lächle nach meiner Arbeit und niemand sieht, was da in mir vor sich geht. Die Sorgen beeinflussen alles. Meine Arbeit, meine Beziehung. Und manchmal verliere ich mich in Was-wäre-wenn-Gedanken. Und das Schlimmste ist, dass ich dachte, das sei einfach Teil meines Charakters. Etwas, mit dem ich leben muss. Erst jetzt beginne ich zu verstehen, dass es vielleicht mehr ist. Etwas, bei dem ich Hilfe brauche. Es ist schwer, das zuzugeben. Ich kann und will so nicht weitermachen. Ich brauche Veränderung. Ich brauche wahrscheinlich Hilfe und möchte nicht mehr mit diesem unangenehmen Zustand leben. Karsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Der Kampf gegen die Angst findet oft im Verborgenen statt. In den hintersten Winkeln unseres Geistes, sodass die Angst zum ständigen Begleiter wird. Im Alltag zeigen sich Symptome als leise Vorboten einer generalisierten Angststörung, einer Erkrankung, die sich oft erst im Stillen bemerkbar macht, bis sie dann zu aufdringlich wird, um sie zu ignorieren. In diesem Beitrag geht es um fünf Hinweise auf eine generalisierte Angststörung. Achtung! Sicherheitshaber. Dieser Beitrag ersetzt weder eine Psychotherapie bzw. persönliche Beratung, noch die Untersuchung oder Diagnose durch abprobierte Mediziner. Die Informationen können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen oder die Eigenmedikation verwendet werden. Die Angstsymptome bei einer generalisierten Angststörung erkennen. Die folgenden fünf Anzeichen weisen auf eine generalisierte Angststörung hin. Ich betone, Hinweise, keine Beweise. Erstens, ständige Sorgen. Es ist ein Schatten, der jeden Gedanken verfolgt und alltägliche Dinge in einen Haufen Sorgen verwandelt. Es ist das wiederholte Kontrollieren der verschlossenen Tür. Es ist die Angst vor Routineaufgaben. Es ist das Schreckgespenst der sozialen Gleisung bei einer einfachen Fahrstuhlfahrt. Diese unerbittliche Sorge durchdringt den Alltag und lässt die Erholung zu einem vergessenen Thema werden. Zweitens, soziales Vermeidungsverhalten. Diese immense Angst verwandelt mögliche Kontakte in gefürchtete Ereignisse, bei denen jedes Gespräch ein labyrinthmöglicher Fehltritte ist. Die Begegnungen nach Feierabend werden nicht aus Abneigung gegen die Gesellschaft, sondern aus Angst vor den möglichen, variablen menschlicher Interaktionen abgelehnt. Drittens, Ruhelosigkeit. Es ist das Echo des Körpers auf einen unruhigen Geist, der die Zeit in einen Marathon der Rastlosigkeit verwandelt. Ruhe wird unerreichbar. Die Muskeln verkrampfen sich wie gespannte Bögen. Und die Stille ist nur noch ein Begriff aus der Vergangenheit. Dieses Symptom flüstert ein ständiges Was-wäre-wenn- und treibt Betroffene weiter an den Rand der Erschöpfung. Viertens, Panikattacken. Panikattacken sind wie plötzliche Stürme. Stürme, die Angst auslösen, mit Symptomen, die Todesängste zutage bringen und dadurch rauben sie ohne Vorwarnung den Atem und die Ruhe. Diese Episoden hinterlassen Narben, die Erwartungsängste nehmen zu. Fünftens, gestörter Schlaf. Von einem erholsamen, wohltuenden Schlaf kann keine Rede sein. Ewig wird sich hin und her gewälzt, werden die Minuten auf der Uhr zu Stunden und der Druck wächst. Der so wichtige Schlaf wird zur Belastung. Die Sorgen immer größer, die Hoffnungslosigkeit nimmt zu. Verstehen ist der erste Schritt. Das Erkennen dieser Symptome ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Der erste Schritt auf dem Weg, den schon viele Menschen gegangen sind, auch wenn es sich wie eine sehr einsame Reise anfühlen mag. Tatsache ist, viele Menschen haben es mit ähnlichen Herausforderungen zu tun. Reden wir darüber. Dann ist es möglich, sich gegenseitig zu unterstützen. Das und professionelle Beratung, Unterstützung, Therapie und persönliche Entschlossenheit bilden die Grundlage, um sich gegen das Überhandnehmen der Angst zu wehren, etwas zu verändern, etwas zu lösen. Schritt für Schritt. Angst in ihren vielen Formen ist eine Herausforderung, die beängstigend und überwältigend erscheinen kann. Es ist gut zu wissen, dass wir uns ihr nicht alleine stellen müssen. Sie ist auch nichts, was versteckt werden muss. Warum auch? Wenn diese Symptome auftreten, sind sie kein Zeichen von Schwäche, sondern der Hinweis darauf, sich Hilfe zu suchen. Der Schritt zur Hilfe ist nicht nur ratsam, sondern auch anerkennenswert, sei es durch professionelle Beratung, Selbsthilfegruppen oder auf anderen Wegen. Der Weg aus der Angst ist eine lohnenswerte Reise. Eine Reise, bei der jeder Schritt einen Beitrag leistet. Carsten Loack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Pass auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.